Einen wunderschönen guten Morgen beisammen, ich wünsche euch einen schönen Tag heute und wir werden heute mal ein bisschen schön retro wieder spielen, schön gutes altes Titan Quest, ich wünsche euch wie gesagt schon einen wunderschönen guten Morgen, ähm, ich hoffe, dass es jetzt eventuell sogar gleich abgreift, das wäre sehr schön. Sehr, sehr schön, so, dann haben wir das zumindest schon mal, nochmal kurz raustappen und zack, da sind wir auch schon wieder, jawohl, funktioniert alles sehr schön, so, wir starten wieder durch, schön gutes altes Titan Quest, uh, ja, ich freue mich, heute, schönen Freitag, schönen Retro Freitag, ist doch nice, ähm, wo waren wir überhaupt stehen geblieben, wo müssen wir überhaupt hin. Ein Doktorzeber, bekannt als ein Elkine, führt einem Monster her nach Athen, das auch immer sein Ziel sein mag, Athen wird alle Hilfe brauchen können, die es bekommen kann. Reisen Sie nach Athen, ähm, das ist eine vergiftete Quelle, das soll ich vergessen, okay. Und Spartaner vermisst, okay. Ja, 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 nicht so schlimm. Ähm, nachdem es jetzt, schätze ich mal hier unten, das erkundet ist, muss ich weiter in Richtung Norden gehen. Dann werden wir so aufmachen in Richtung Norden und mal gucken, was da in Athen so abgeht. Ähm, okay. Ähm, Mist, wie konnte ich das nochmal mir dauerhaft anzeigen lassen? Chatfenster, Kartenfenster, Spielmenü, Hilfefenster, Perkterfenster, hallo Spiel, CC, danke, gerade einen kleinen Hänger gehabt, keine Ahnung warum, Aufgabenfenster, Spielmenü, Energietrank benutzen, Gesundheitstrank benutzen, warum Gesundheit habe ich doch auf Q, steht das hier auf R, sehr komisch, ähm, wie passieren, Kletanzeige, schnell aufsammeln, äh, A, okay, äh, Quats, schön alle wegballern, Ah, jetzt hat, sehr schön, genau das wollte ich, dass ich den Loot besser sehe, was getroppt worden ist, Jawoll, schön durchbrezeln, einfach mehr, nicht immer weglaufen, okay, truppen lassen, kurzschwert, brauchen wir nicht, da haben wir definitiv besser geworfen, Einfach schön durchgemäht, so wie das sein muss, Ah, kein tiefes Wasser, das ist sehr gut, aber anscheinend haben sich hier wieder die Gegner, ähm, sind da neu gespawnt, weil da waren wir anscheinend schon, weil die Karte aufgedeckt war, Aber es soll mir recht sein, ja, dann können wir hier einfach mal richtig schön gucken, Und mal vielleicht hier noch ein paar schöne Sachen abgreifen können, Wenn das Gefieder zum Beispiel, Okay, Oben ist es auf alle Fälle ein Tempel, Da werden wir jetzt auf alle Fälle mal reingucken, Ah, gucken wir uns mal das ganze mal schön an, Hoffentlich ist geiler Loot drin, das wäre mal ein bisschen nice, Äh, okay, Äh, 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 äh Äh, das war gar nicht gut, hohohoho... Alter Leute. Hä? Wieder will ich spawnen? What? Wie viel Schaden das Viech jetzt da einfach gemacht hat. Heftig. Richtig heftig. Ja kommt der! Hä? Ich habe Erfahrungspunkte verloren. Das ist uncool. Die werde ich auf alle Fälle wieder haben. Die werden jagestellt. Du? Ich schade dieses Teil einfach mal, ey. Oieieieieiei... Bisschen uncool... uncool... Alter, das darf doch nicht wahr sein. Den habe ich doch schon mal geklatscht. Wie hab ich denn das gemacht? Den habe ich doch schon mal geklatscht. Ich würde nochmal klatschen. Warum geht das jetzt nicht? Ähm, Giftwiderstand. Ähm, Giftwiderstand. Äh, zumindest ein bisschen. Vielleicht habe ich auch ein bisschen auf Fernkampf gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon zu lange her. Auf alle Fälle würde ich meine XP wieder... Ich glaube, der ist ja jetzt schon fast tot. Der dann drauf. Dann haben wir ihn um. Geht doch. Er bringt eh nichts mehr. Er bringt schon nichts mehr. Okay. Dann geht es hier weiter. Ist auch schön zu wissen, dass das einfach nur spawnt und bringt, aber im Endeffekt gar nichts mehr. Die Pferdklaue. Kleine fucker... Wie hab ich denn jetzt gefunden? Alles... Geworfen! 18 bis 20 schaden geschwindigkeit schnell geschwindigkeit sehr schnell das kann ich nicht geworfen schnell sehr heftig geschickigkeit 107 gott da bin ich ja bei weitem noch nicht bei dieser geschwindigkeit ausprobieren und der macht es ist ja schon das ist der bessere was für die magie wegballern die schlimmsten ok dann gucken wir mal was sind auf alle fälle gegner nicht gerade wenige kann ich da rausgehen das geht nicht das ist schon das ende damit ja 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 dicker dicker so, hier, hier aber digga war mehrere dicke schön durch zwiebeln hier so muss das so und das ist die Camp-Line daaaammn gut, gut, gut energie trank aber ich nicht so viele von den energietränken also wir reagieren auch hier im moment nicht gut waren das jetzt hat fähigkeiten ich hätte ich schon den ansturm geskilled okay dann mach halt den angriff nicht wenn es zu meins ist es okay gut verschillt den angriff oder macht dann nicht ja du mich auch mit deinem höhe er lauft so nicht immer weg hier plötzlich hier echt schlimme durch wo ist ein hotte hüster schlimm 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 viel zeug ich glaube nicht wirklich was was jetzt besser wäre 20 nicht wirklich leider nichts wirklich was besseres dabei war noch ein bisschen hinlaufen haben wir hier noch irgendwo was ja da sind welche noch einer So, ihr könnt's euch mal. Ihr könnt schon euer Schlachtstandard bestellen, das bringt euch nichts. Ich mähr euch einfach nieder. Immer wieder. Athens Begräbnisfeld. Ah, schon wieder die... Die Verwesten, die wurden dann aber explodiert und man kriegt gleich Giftschaden. Die sind zumindest noch recht human vom Schaden her. Aber wir hatten schon andere Gegner, die wo wesentlich schlimmerer waren. Alter, was bist du denn? Stunnen. Und weg. Ein Heldenmonster, okay. Das ist doch mal geil. Ah, Energietrank bauen wir mal. Ja, du mit deinem Doppelschlag. Ich weiß schon. Krieg dich trotzdem klein. Okay. Ah, guck mal, wie wir hier sind. Was da hinten noch ist? Vielleicht haben wir doch noch ein bisschen was versteckt. Dann weiß ich es ja nicht. Mal gucken. Was da noch so ist. Vielleicht schöner Loot. Ja, jetzt müssen wir mal ein paar Gegner. Ein paar Schöne Essenzen droppen zumindest. Kann ich mich zumindest mal wieder ein bisschen aufwerten? Auch nicht schlecht. Ähm. Ähm. Naja. Setzt nicht so der... Überloot hier. Das muss eine Flamme. Da unten noch vielleicht noch irgendwo was. Ja. Da ist überall das Ende. Ja. Dann guck mal nochmal links hin. Weil da schaut es aus, als ob es da nochmal ein Stückchen weiter geht. Schön, dass ich es mitnehmen hier. Ah, ein Heilbrunnen. Oder besser wieder Beliebungsbrunnen. So haben wir zumindest mal wieder einen Abschnitt geschafft. Zombie Hauptmann. Jaja. Du mit deinen Pfeilen gib mir eine Ruhe. So. Ich will mich doch hier nur umgucken. Oh. Oh. Da hinten steht ja ein helles Monster. Oh. Lass mir das Kleingesindel weghauen. Du mit deinen Pfeilen. Ja. Und hinten steht ja immer wieder. Du mit deinem Pfeilen. Und du mit deinen Pfeilen. Gute dich nicht. Oh. Seine ohne Pfeilen. Ei... Na dann gucken wir mal. Hab Ruhe. Noch mehr kannst du nicht halten. Ja ok dann. Wo war denn hier? Pandas glaube ich. Da können wir auf alle Fälle. Sollte es da ein Händler geben. Ja. Das hat nur den komischen Goblin, aber das reicht ja. Magier. 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 Ja. So 90% nur Sachen für Magier. Das ist echt schlimm. Geworfen. 17. Interessant. Und. 1000% Wahrscheinlichkeit auf Durchschlag. Ja ist sogar besser. So hat das alles verkaufen. Dann haben wir aufgerufen. Ok. Dann wieder zurück ins Gefecht. Richtung Athen. So. Schlitz der Helden Monster. Naturl. Oh. Oh. Chilled in der Base. Chilled in der Base. Oh. das nächste getötet sehr nice richtig richtig gut ja schon wieder was wir machen ja es ist unfassbar ich krieg einfach kein nut zumindest keinen keinen ich gehen was ich benötigen würde so eine katakombe da hinten wollen wir noch nicht aber wir gucken jetzt einfach mal unten rein ich denke jetzt nicht dass das eine höhle ist sondern eher was eine katakombe leute macht doch mal ein bisschen weniger schaden es wäre echt lieb die kurzen gibt keinste da ich mag die überhaupt nicht Ich loote dann später erstmal durch, ich mach erstmal schön durchlaufen, erstmal schön alles wegballern und dann in Ruhe schön durchlooten. Alter, das tut weh, diese scheiß Magier, das ist wieder so ein Hellmonster hier. Ah, endlich mal wieder nochmal. Normal bewegen, über diese Zeit verlangsame Ruhe, das ist ja schlimm. Und schon wieder was für Magier, es ist so, ah, warum? Ja. Ja.